Herzlich willkommen auf LH Cyber Security und schön, dass du dabei bist. Ich zeige dir heute, wie du den Windows Defender besser machen kannst, sodass er mehr Viren findet, du besser geschützt bist und das Ganze funktioniert auch noch relativ einfach. Ich zeige dir in diesem Video, wie das funktioniert und dann würde ich sagen, let's go! Falls du dich jetzt fragst, wieso Windows Defender verbessern, ganz einfach, ich habe das vor kurzem getestet, dazu gibt es auch ein Video. Schaust dir am besten an, dann weißt du, warum Windows Defender verbessert werden muss. Und hier auch nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön an ein Mitglied unserer Community. Das mich auf dieses Tool aufmerksam gemacht hat, um Windows Defender zu verbessern. Genau, gerne Discord beitreten, falls dir auch irgendwas einfällt, was du mir mitteilen willst oder einfach in die Kommentare schreiben. Ich bin jederzeit erreichbar. Okay, dann starten wir mit dem Download. Okay, ich habe für dich die Download Seite schon mal aufgerufen. Link kommt in die Beschreibung, siehst du auch hier oben. Und wenn du hier dann landest, klickst du einfach auf Code und dann Download Zip. Dann speicherst du das Ganze an deinem beliebigen Ort und öffnest es. Dann kopieren wir das Ganze einfach mal auf dem Desktop, um es zu entpacken. Und schon haben wir den Ordner hier. Und jetzt sind wir auch schon bei der Installation. Hier einfach auf die Excel doppelklick machen. Configure Defender.exe. Dann einmal Rechte geben. Und schon wird das Ganze initialisiert. Jetzt haben wir hier drei Auswahlmöglichkeiten. Einmal Default, also die Standardwerte. Die sind normalerweise schon eingestellt. Dann einmal High. Also hier haben wir dann dieses Upgrade oder die Verbesserung, von dem ich gesprochen habe. Hier werden dann mehrere Dinge aktiviert. Cloud Protection und so weiter. Und hier unten auch nochmal. Es werden einfach mehrere Scan-Mechanismen und Schutzmechanismen aktiviert. Und wir können auch noch hier Max einstellen. Hier wird dann sogar das Security Center versteckt, damit eben keiner da rumpfuschen kann. Oder ein Virus, was auch immer. Genau. Diese ganzen Änderungen werden immer erst aktiv nach dem PC-Neustart. Hier können wir jetzt auch nochmal draufklicken, um den Defender-Log anzuschauen. Hier sehen wir dann, welche Viren gefunden wurden, was gescannt wurde. Oder welche Events eben aufgetreten sind. Genau. Für mehr Details könnt ihr euch die Hilfe durchlesen. Hier ist nochmal alles genauer beschrieben. Was passiert, wenn man diese einzelnen Modis einstellt. Aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Das könnt ihr dann selber durchlesen. Einfach hier auf Next. Dann findet ihr immer mehr Informationen zu diesen ganzen Einstellungen. Und was ihr eben auch bei der Konfiguration beachten solltet. Wenn ihr zum Beispiel das Ganze hier manuell einstellt. Wenn euch irgendeine Funktion stört oder ihr irgendwas extra braucht, könnt ihr das hier eben einstellen. Genau. Das war es jetzt hier an dieser Stelle auch schon. Einfach ich würde euch High empfehlen. Bei Max, das ist immer so too much. Dann wird der PC eventuell langsamer. Aber bei High ist noch alles in Ordnung. Meiner Erfahrung nach. Und dann könnt ihr einfach auf Close klicken. Den PC neu starten. Und euer Windows Defender ist korrekt konfiguriert. Was man hier in diesem Menü zum Beispiel manuell jetzt nicht machen kann. Deswegen gibt es eben dieses Tool. Ihr wisst jetzt wie ihr es runterladet. Wie ihr es einrichtet. Einfach auf High klicken. Und schon seid ihr wesentlich besser geschützt als davor. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo natürlich. Und ich freue mich auch immer über neue Gesichter in unserem Discord Channel. Also ich hoffe, wir sehen uns da. Und dann wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Bleib sicher. Und bis zum nächsten Video. Peace. Bis zum nächsten Video.